9. Juli Hijjdayetir, ein Datum das jeder Iraner kennt. Ein Tag des Protests und zugleich der Trauer. Trauer derer Studenten und Studentinnen, die im Juli 1999 bei den iranischen Studentenprotesten umgekommen sind. Doch zugleich der Beginn einer Protestwelle, die wir es scheint durch die aktuellen Aufstände im Iran wieder Fuß zu fassen scheint. Zu diesem Anlass haben junge Iranerinnen und Iraner mit Unterstützung eine Kurzdemo vor dem UNO-Gebäude in Wien organisiert, bei der sie auch unter anderem eine grüne Solidaritätskette gebildet haben. Untertitelung des ZDF, 2020